Ah, was kannst du eigentlich? So Leute, herzlich willkommen zum Vlog, wie wir mein Lager eingerichtet haben. Es gibt nur leider einen großen Fail, was komplett meine Schuld ist. Wir stehen gerade vor meiner, ja, Lagertür, vor der eisernen Pforte und ganz kurz zu Anfang. Ich hatte schon eine ganze Menge Material, wie Frankie-Erik angeschrien hat, aber es war echt lustig, wie sie sich gegenseitig ein bisschen bekabbelt haben. Und wie Erik auf der Leiter oben stand, so halb im Dach drin hingen und echt geiles Material. Vor allem, wie hier noch alles komplett voller Gerümpel stand. Aber ich, Idiot, habe die Kamera zu früh formatiert und dieser ganze Quatsch, dieses ganze geile Material, ist alles weg. Ich hoffe, ich finde noch ein paar Fotos und werde ich hier mal jetzt einblenden, damit ihr seht, wie das Lager vorher aussah. So, da es schon Januar ist, kurz die Clips von davor. So, wir machen jetzt einen kleinen Zeitsprung. Denn erst jetzt beginnt nämlich das eigentliche Umbauen des Lagers. Das ist alles komplett umgeaufgeräumt. Und jetzt geht es erst los. Erik, machen Sie mal die Pforte auf. Erik, machen Sie mal das Licht an. Nee, bitte nicht so. Danke. So, nächster Tag. Wir haben schon ein ganzes Lager geschafft. Und zwar haben wir heute ein Schwerlastregal abgebaut. Ich sage euch, die E-Mail-Anzeigen ist euer bester Freund. Irgendwie für 3,50 Euro ein 5,60 Meter breites, 21, tiefes und 3,50 Meter hohes Schwerlastregal. Hier sind praktisch diese ganzen Böden, die Träger und die Hochkanten stehen. Die heißen, das ist vielleicht egal, stehen draußen. Erik holt jetzt den Transporter. Dann haben wir den ein. Dann wird es aufgebaut. Und dann sind wir glücklich. Wirklich cool. Tschüss. So, ungefähr 19 Uhr. Wir waren heute schon sehr, sehr produktiv. Fokus. Fokus. Danke. Das Regal, was wir vorhin geholt haben, ist jetzt komplett hier verteilt draußen. Der Erik sieht eine riesen Palette aus. Dann haben wir die irgendwie verstauen können. Und wir haben eigentlich nur eine ganze Menge freigeräumt von den Träger für das neue Regal. Da muss nur alles weg. Wir haben da oben eine ganze Menge geräumt. Hast du Spaß? Nein. So, folgendes Problem. Ihr müsst jetzt wirklich vom Regal, von diesem dritten Steher, hier oben ungefähr abflexen. Und müssen diese Versteifung praktisch neu einschweißen und neu einschrauben. Warum? Naja, die Verkäufer haben uns eine falsche Größe gesagt. Aber so eine falsche Breite vom Regal. Dementsprechend kommt der Steher genau unter dem Balken hier an. Also halt kacke. Dementsprechend müssen wir es halt wegflexen. Hier oben es umzubauen ist keine Option. Also, mussten wir auch den Fuß da unten freisägen. Guck doch mal, wie viel. Ja. Was soll denn das? Ich filme, dass du arbeitest. Deswegen wird Eike ein Like auf dieses Video geben. Ja, ich glaube auch. Ihr habt gesehen, wie es hier vorher aussah. Ja, wirklich heute. Wir haben es jetzt. Da war eine Maus. Habt ihr gesehen? Wir haben es jetzt, ich glaube, zwei ungefähr. Warten Sie mal. Ich prüfe mal den Sachverhalt. Naja, 1,25. Ja, die Hälfte sieht noch ein bisschen schäbig aus. Noch nicht so schön. Aber die andere Hälfte haben wir uns schon eine ganze Menge geschafft. Schweres Regal ist drin. Und Kabel waren das auch schon drin. Noch nicht ganz ein Stück. Da fehlt eigentlich fast alles noch. Aber vorangekommen. Das läuft. So, zeigt man ja eine Kunst hier. So, das passt nicht. Jetzt haben wir hier schon ein bisschen so HDSP, QSC, XR-Mischer. So ein paar Packkisten. Wir machen hier komplett schwarze Mäutern vor, dass das ein bisschen schöner aussieht. Also, ihr müsst euch die Kabelwand vorstellen mit dahinterliegenden schwarzen Wand. Dann ist das, glaube ich, ganz hübsch. So, viele, viele, viele Wochen später sind wir jetzt wieder im Lager. Und wir haben heute den 19. Dezember. Es ist wirklich schon einige Wochen vergangen. Und hier ist noch nicht allzu viel passiert. Bis auf, dass wir jetzt etwas mehr Platz haben. Weil der Vermieter mir mehr... Weil der Vermieter mir mehr weggeräumt hat. Also, das ist so unser Platz momentan. Die kommen auch in den Garten, die Reifen, falls alles noch gemacht werden. Das Regal sieht immer noch ein bisschen schäbig aus. Aber wir haben so langsam ein bisschen Ordnung drin. Vor allem haben wir jetzt die Kabelwand fast beendet. Ich will mal kurz die Kamera jetzt so provisorisch hin. Wir haben die Kabelwand so gut wie beendet. Also, fast überall ist jetzt hier mit dem richtigen Farbcode markiert. Speak on 5 Meter, Speak on 3 Meter, Speak on 10 Meter. Wo es noch fehlt, ist hier oben so ein bisschen muss noch was gemacht werden. Der Rest ist alles fertig gemacht. Und vor allem, was die größte Arbeit war, sind die Kabel neu zu machen. Wir haben wirklich jedes Kabel komplett neu gemacht. Meine alten Labels sahen ja so aus. Wir standen hier praktisch mit Schrumpfschlauch, ziemlich groß, zwei Farbcodes und in der Mitte die Beschriftung. Sieht zwar schön aus, hat aber Nachteile. Erstens, wir brauchen es extrem viel Zeit, solche ein Label zu machen. Zweitens, es ist teuer. Man braucht sehr viel Materialien. Und ganz oft ist es einfach so, der erste Faktor reicht schon, Zeit ist Geld. So ist es einfach normal. Und die Zeit habe ich nicht mehr. Klar war dieser Umstieg jetzt eine riesige Zeitaufwand. Man macht es da einmal und danach, selbst dieses System, was wir jetzt haben, immer weiter fort. Denn jetzt haben wir überall an den Speak-On und NF-Strecken überall diese Farbcodierringe. Was natürlich scheiße ist, weil über die normalen NF4 kann man die gar nicht drüber machen. Weil es gibt nämlich extra von Sommerkabel einen angefertigten Stecker in Zusammenarbeit mit Neutrik, damit das erst funktioniert. So, an jedem Kabel trotzdem mit Schrumpfschlauch ein unauffälliges Label, wo hoch zwei drunter steht, damit es einfach dieversicher ist. Und ganz wichtig, bei NF4 haben wir das so gemacht, dass das Label immer auf der männlichen Seite des Steckers ist. Also immer auf der männlichen Seite. Damit, wenn es im Mikrofon drin steckt, nicht irgendwas am Kabel dran hängt, damit es einfach schön aussieht. Und ganz ehrlich, das ist auch so ein Punkt für das neue System. Diese Farbcodierringe sehen einfach viel schöner aus auf Baustellen. Und vor allem, wenn man Videoaufzeichnungen oder sowas macht, dann muss es einfach ein bisschen hübsch aussehen. Da habe ich keinen Bock, dass dann so ein Label hier immer überall dazwischen hängt. Ja, das war eigentlich viel zu viel geredet. Also hier im Regal sieht auch nicht so wirklich geil aus. Das ist alles noch komplett durcheinander. Aber wir haben wenigstens schon auf der Seite ein bisschen mehr System. Das sind jetzt die ganzen Endstufen drin, Funken und so weiter. Später kommen die ganzen Voice-Akustik besser. Da soll ja später acht Stück an der Zahl werden. Vielleicht auch zehn. Gucken wir mal. Ist ja auch so ein bisschen so eine Geldfrage. Ich habe mal ein bisschen Schupfen. Hört man das? Da kommen praktisch acht Bässe unter eine Regalhälfte. Und unter die anderen Regalhälfte ist unser Pult, unsere Stagebox. Das ist auch geil. Also erstmal, falls ihr das noch nicht gesehen habt, wir haben jetzt auch eigene Tool-Labels. Die sind wirklich hübsch aus, muss ich sagen. Die sind ein bisschen kleiner als die typischen Tool-Labels, was wir aber auch viel cooler fanden. Deswegen haben wir sie auch bestellt. Dann haben wir in den Griffen überall unsere Hochzei-Aufkleber drin. Nicht zu aufdringlich, aber trotzdem ganz hübsch wie ich finde. Und die haben wir uns anfertigen lassen. Da ist noch nichts drin, weil wir die Stagebox noch nicht haben. Aber hier kommt praktisch die DX 16-8 Stageboxen von Elden & Heath rein. Natürlich zwei Stück davon. Heute werde ich mich darum kümmern, dass die Pipes fertig gemacht werden, die Beschriftung. Heute werde ich mich darum kümmern, dass das Regal beschriftet wird. Dann muss ich die alten Cases streichen. Wir haben hier so eine, wir haben hier so eine coolen Stage-Cases, nennen wir sie. Das sind die hier, die sind relativ flach, aber die haben kompletten Trennfächer drin. So kann man nämlich ganz viel Enderf reinpacken, Stative kann man reinpacken, Mikrofone. Perfekt, um auf die Bühne zu rollen. Da haben wir zwei Stück. Aber hier steht noch Edelmatt drauf. Weil von denen habe ich die abgekauft, aber ohne Rollen, die haben wir selber rangebaut noch nachträglich. Und oben sieht es halt richtig kacke aus. Ja, das muss noch überstrichen werden, damit auch unser Label drauf kann. Auch neu, nicht so interessant, aber wir haben uns jetzt auch ein paar CE-Kabel gegönnt. Leider sehr teuer, die Scheiße, aber man braucht es halt. Ein Problem war, dass wir für den Sauger, den wir mal gekauft haben, gebraucht, so einen guten Bosch-Sauger, keine Düse mit einer Stange hatten. Ich musste aber mal alles saugen, weil es echt scheiße hier aussah. Also habe ich mir mit dem, was hier lag, so eine Art Düse gebaut mit einem langen Rohr. Hat es ja gut funktioniert. Es ist sauber. Ich würde mal sagen, jetzt gehen wir mal diese schöne Vintage-Leiter hoch. So, auf mein cooles Schwerdagsregal. Ja, also ganz viel Platz zur Decke habe ich nicht mehr, obwohl die relativ hoch ist. Wir sind gerade auf dem höchsten Regalfach und keine Sorge, es ist wirklich ein Industrie-Schwerdagsregal. Hier kannst du auch einen Elefanten draufstellen, das juckt wirklich gar nicht. Ich habe mir überlegt, ob wir Silvester hier feiern und vielleicht hier pennen. Ich meine, wenn wir eine Matratze hier reinlegen, ist doch kein Problem. Es ist echt noch viel, was hier aufgeräumt werden muss, aber es wird. Ich habe gerade hier einen Meutern ran gemacht, damit die besser nicht immer dreckig werden, weil die Wände ziemlich verschmudelt sind. Und um euch mal zu zeigen, wie sehr ein Pulli ausgezogen ist, das ist der Rücken. So, es sieht schon wieder hier unordentlicher aus, als es eigentlich vorher war. Aber das ist irgendwie immer so, man aufräumt. Dann wird es erstmal kurz unordentlich und dann wird es wieder ordentlich. Ich weiß auch nicht, wie das sowas so ist. Also, nicht wundern, was so rauscht, ist der Heizlüfter. Hier kam noch eine ganze Menge Gerümpel hinzu. Die Bierbänke und dann diese kleine Kabel mit den Adaptern, unsere Toolcases. Und jetzt müssen wir ganz viel sortieren. Hier so Lacke, Farben, Reiniger und diese ganze Scheiße, die ja keinen Spaß macht. Muss ich mir noch alles einsortieren. Die bunten Bäckerkisten müssen so ein bisschen sortiert werden. Da ist ganz viel Quatsch drin, der irgendwie noch sortiert werden muss. Ich sage zu oft sortiert. Dann habe ich mir von meinem Vater ein bisschen Werkzeug geliehen. So Kappsäge, Kreissäge mit Führungsschiene, Oberfräse und so ein ganzer Quatsch. Das müssen wir noch ein bisschen so einrichten, dass wir noch ein paar Sachen bauen können. Zum Beispiel das Stativregal, dass sich das Stativregal reingeführt werden können, die ganze Kacke. Und wir wollen sowieso, wenn die Seite hier freigeräumt ist, die momentan jetzt noch so aussieht, noch nicht so wirklich bebaubar, dann kommt da auch eine Werkbank hin mit Bandsäge. Die haben wir auch schon mit einem Frästisch, mit einer Tischkreissäge und all so ein Quatsch, dass wir auch auf diesem Kanal eventuell ein paar mehr Boxenbauvideos machen können oder allgemein uns auch diesen ganzen Quatsch zusammenbasteln können, den wir brauchen. Wir müssen den T5 für diesen Sommerurlaub wieder fit machen. Da muss ein besseres Küchensystem rein. Und wir wollen alles ein bisschen selber bauen haben, keinen Bock immer alles zu bestellen, zu kaufen. Das ist Quatsch. Wenn wir schon ein bisschen basteln können, dann können wir es ja auch nutzen. Immer diese Handgestigen sind immer cool, ne? So, ich hatte fantastische Hilfe. War ein bisschen scheiße. Das Holz war ein bisschen verbogen. Wir sind sehr verbogen. Es war ein bisschen scheiße. Musst dir vorstellen, ein Holz geht so, das andere geht so. Und dann musst du dir irgendein Sammschuh sein. Aber mit Gewalt haben die den geschafft. Ich fühle es auch so aus wie ein Indy-Kotzt, oder? Wir sind recycelt. Wir sind recycelt. Hey Leute, guten Morgen. Also, guten Morgen. Bei mir ist es eigentlich schon Mittag. Wir haben gestern noch bis 3.30 Uhr hier gebastelt. Aber ich habe immerhin das Stativregal fertig bekommen. Das zeige ich euch gleich noch. Und sind ein bisschen in Ordnung. Heute machen wir ein bisschen Infrastruktur. Die ganzen kleinen Bums irgendwo einzutreten und so weiter. Vielleicht mal ein paar Halterungen bauen. So für Spiritus, für die Tool-Labels und so weiter. Dass wir ein bisschen besser arbeiten können. Aber wir sind echt schon weit gekommen. Ich mache mal die Leiter weg. Nee. Jetzt könnt ihr auch als gutes Endergebnis sehen. Das ist unser Stativregal. Ist jetzt natürlich nicht hübsch. Das haben wir aus den Restbrettern gemacht, die wir noch von diesen Einlegerbrettern hier haben. Die haben wir ja auch bei ihr bei kleinen Zeigen mitgekauft. Und da wir halt zweifach weniger brauchten, blieben halt zwei Riesenplatten übrig. Und warum wegschmeißen, wenn man es verwenden kann. Dementsprechend habe ich aus diesem Schwermaterial das Stativregal gebastelt. Passt jetzt genug rein. Das ist alles, was ich gerade am Stand habe, ist jetzt gerade drin. Also dementsprechend ist auch noch für die Zukunft eine Menge Platz da drin. Ich glaube nicht, dass ich das zwar komplett erweitern muss. Weil so riesig will ich hier auch nicht werden. Das kommen vielleicht noch ein paar Stands. Also wir wollen die schwarzen Stands austauschen gegen die Basaltgrauen von K&M. Dann kommen die schwarzen in den Proberaum für Aufnahmen. Und dann gibt es im Bestand bloß noch die Grauen. Die sind deutlich schöner, robuster und vor allem auch flexibler, weil die einen ausnahmbaren Arm haben und so weiter. Das ist ein bisschen cooler. Ja, das sieht wunderschön aus. Und? Haben wir nicht viel geschafft? Erik kann nicht mehr als essen gleichzeitig. Das war schön. Es ist schön. Es wird schön sein. Dein Mundkulli riecht wie Maggi. Das hat jetzt niemand gesehen. So, wir sind weitergekommen. Warte, ich stelle dich mal wieder in die Endposition. Boah, das ist geil, ey. Oder? Einfach aufs Gate draufgestellt. Ich habe auch ein bisschen viel Headspace, aber es geht schon. Du alter Profi, Erik. Du alter Profi. Also, wir haben ein bisschen was geschafft. Diktativregal ist fertig. Und man sieht da oben ist eine ganze Menge mehr Freiraum, weil wir alle so ein bisschen mehr gestapelt haben und alle komplett beschriftet. Also, das sieht immer wenig aus, aber wir haben schon viel Arbeit. Unsere Adopterwand hat sich ein bisschen erweitert. Die ist jetzt auch wunderhübsch geworden. Also, ein bisschen iPad mit Serie muss man nebenbei laufen, ein bisschen was doodelt. Ich habe ja, ich glaube, ich weiß gar nicht, ob ich euch gezeigt habe. Ich habe ja die... Also, wenn Erik dabei ist, ist es ein bisschen schwer für mich, irgendwie normal zu reden. Deshalb jetzt nochmal das Ganze indeutlich. Das Regal, das war komplett voll. Jetzt ist alles sortiert. Müll rausgeschmissen, was wir nicht mehr brauchen. Hier sind noch so ein paar Cases drin. Also, Funken, Handsender, Mikrofone, iPad, Router, Stageboxen für die SQ, Behringer XR, QSC-Einstrufe. Hier fehlt die HD, hier fehlt gerade im Proberaum. Die Sticks und die Pavio 112 sind auch gerade im Proberaum nach vollem Silvester. Und so langsam kehrt hier ein bisschen Ordnung ein. Hier unten haben wir erstmal so ein bisschen Werkzeugfach gemacht. Das klappt ganz gut. Hier sind jetzt unsere Toolcases drin. Das zeige ich euch mal ganz kurz. Denn Erik und ich, wir haben uns nämlich Toolcases eingerichtet. Die sind ziemlich geil. Das sind Cases von B&W. Und ja, der Helm trete noch ein bisschen dran. Ich sage mal, irgendwie das aussieht von innen. Ich habe das B&W 5000er. Beide Links in der Videobeschreibung. Erik hat auch das etwas größere B&W 6000er. Ich finde die ziemlich, ziemlich geil. Hier oben ist so eine Ablage. Da kann man so Laptop reinpacken, ein paar Papiere und so weiter. Dann habe ich hier mein DUS-Polt drin mit Zollstock. Also ja, Gliedermaßstaff, die besser wissen, Handschuhe. Dann noch so ein bisschen Inbus-Zeug. Multischlüssel von Würth. Powerbank, Visitenkarten. Immer ganz wichtig, immer beihaben. Zumpel, Batterien, sämtliche USB-Kabel. Alle möglichen Datenkabel auf Mini-Klinke. Von Chinch, XR, große Klinke, Klinke auf Klinke. Damit ich an jeder Anlage meinen kleinen Soundtrack machen kann. Mein Tool, Taschenlampe. Ohne Witz, ganz wichtig, immer einen Trafhof USB bei haben. Am besten gleich mit zwei Ports. Das ist sehr sinnvoll, um mit welche Sachen zu laden. Zum Beispiel die Kopflampe. Da ist eine Kopflampe drin, von LED-Lenser. Auch alles in der Videobeschreibung. Also alles, was hier drin ist, was ich so finden kann, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Dass ihr auch sehen könnt, was ich so habe. Und ich muss sagen, alles, was ich hier so drin habe, hat sich auch sehr sinnvoll und auch sehr, sehr gut bewiesen. Ich sehe zwar aus wie ein Idiot damit, aber der Helm von Karsk ist auf jeden Fall auch sehr, sehr cool. Überhaupt nicht teuer. Und bei vielen Jobs, wenn ihr Freelancer seid oder Freitechniker, was dasselbe ist. Denn es ist oft ein Helm gefragt und dementsprechend auf jeden Fall auch kaufen. So. Ja Leute, das war schon der Vlog von meinem Lager, wie wir es gebaut haben, eingerichtet haben und so weiter. Es wird auf jeden Fall nochmal ein ausführliches Video geben, was das hier alles passiert ist. Wie es am Ende aussieht mit der Werkbank, die noch hingebaut werden soll. Die arbeitete Kabelwand und so weiter. Es ist lange nicht fertig. Wirklich lange, lange nicht fertig. Hier muss noch Molter abgehangen werden, damit es hier ein bisschen schöner aussieht und gedämmt ist. Hier ist noch so viel in Planung. Dementsprechend nicht verwundern. Das Lager bleibt nicht so hässlich, wie es ist. Das wird auch eine ganze Menge mehr passieren. Auf jeden Fall werde ich euch videotechnisch auf dem Laufland halten. Social Media sowieso. Für die, die es noch nicht getan haben, Instagram und so weiter, ist in der Videobeschreibung verlinkt. Einfach mal folgen. Da könnt ihr auch immer exklusiv, sage ich mal, behind the scenes ein paar Dinge sehen. Und ich würde sagen, ich bedanke mich recht herzlich fürs Zusehen und wir sehen uns im nächsten Video. Macht's gut und bis dahin, ciao.